Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Star Wars-Fans weltweit hatten einige Monate gerätselt, bis Lucasfilm die Bombe dann schließlich platzen ließ auf der Star Wars Celebration. Denn hinter Tales of the Jedi bzw. Geschichten der Jedi verbarg sich eine kleine, aber feine Animationsserie, die nun auch der Öffentlichkeit zugänglich ist, seit gestern. Und das macht es natürlich durchaus reizvoll, sie zu besprechen in einer kleinen, aber feinen Diskussion. Und zu der begeben haben sich zum einen jemand, die, glaube ich, auch schon mal beim Obi-Wan-Cast dabei war. Und zuletzt auch bei House of the Dragon. Machen wir es kurz. Die Britt-Marie ist hier. Hallo! Ja, und ich, der Dom, einmal mehr. Ich brauche mich gar nicht großartig vorzustellen. Im Gegensatz zu House of the Dragon hast du das hier aber geguckt bzw. weitergeguckt. Ich wollte gerade sagen, House of the Dragon habe ich auch geguckt, nur nicht weitergeguckt. Ja, 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 ich bin großer Star Wars Fan und habe mich sehr gefreut auf die Serie. Habe da auch wirklich drauf gewartet und jetzt kam sie und dann habe ich sie auch sehr schnell runtergeguckt. Tatsächlich sehr schnell, weil, kleiner Minuspunkt gleich am Anfang, die Episoden super kurz waren. Also ich hatte ja tatsächlich mit so halbstündigen Episoden gerechnet, brutto. Ich hatte jetzt gedacht, halbe Stunde brutto, gleich 20 Minuten, 25 Minuten netto, wenn wir den Abspann runterziehen und so. Aber es war ja tatsächlich so, dass wir Episoden bekommen haben, die zwischen 15 und 20 Minuten brutto lagen. Das heißt, da hatten wir nette Spielzeiten zum Teil nur 10 Minuten. Und ich dachte so, Leute, hallo. Ja, aber deswegen hatte ich sie schnell durchgeguckt, genau. Ja, kann man wirklich innerhalb von anderthalb Stunden, glaube ich etwa, ja, ist eine Animations-Anthologie, so wurde es zumindest angekündigt. Einmal mehr von Dave Filoni und natürlich in dem Stil, den man auch schon von Serien eben wie The Clone Wars und The Bad Batch kennt. Kurz dazu, wie stehst du zu den Animationsserien? Ich habe tatsächlich nicht alle geschaut. Also ich habe von jeder Animationsserie einige Folgen gesehen. Aber nicht alles komplett. Also Clone Wars zum Beispiel ist der große weiße Punkt. Oh. Oder in meinem, ja, ich habe die erste, also die erste Staffel habe ich zur Hälfte gesehen. Ja. Dann habe ich zur Vorbereitung für Obi-Wan, habe ich im Grunde die empfohlenen Clone Wars Episoden alle geschaut. Ah, okay. Da habe ich mich dann quer durch alle Staffeln durchgeguckt. Das waren immer so drei oder vier Folgen pro Staffeln. Also im Grunde weiß ich schon, was passiert. Und sonst habe ich The Bad Batch habe ich gesehen. Und was habe ich denn noch alles gesehen? Also einiges, es war so halb, halb ungefähr. Also die Hälfte habe ich gesehen, die Hälfte nicht. Genau. Okay, ja, vor einem Jahr gab es ja diese, ja gut, Anime, Anthologie. Visions, ja. Kann man auch sehr gerne reinhören, habe ich letztes Jahr mit dem Kollegen Patrick besprochen. Für mich bislang das interessanteste Star Wars Projekt überhaupt. Ich bin so froh, dass du das sagst, denn da habe ich tatsächlich, also dieses, weißt du, dieses Sorry, not sorry. Und zwar, meine Aussage zu Visions war und ist immer noch, vielleicht das beste neue Star Wars, das wir bekommen haben, bei dem wir ein neues Star Wars kriegen. Und da sind natürlich, da sind meine ganzen Bekannten alle auf die Barrikaden gegangen. Was? Das kannst du doch nicht sagen. Was ist denn mit den Filmen? Ja, was ist mit The Mandalorian? Und was nicht alles? Und ich so, Leute, sorry, aber was die Kreativität und ganz viele andere Dinge angeht, ist es für mich tatsächlich das beste Star Wars, das wir gekriegt haben. Es war das. Und ja, das ist diskussionswürdig, das weiß ich. Aber ich habe sehr viel Freude daran gehabt. Deswegen habe ich mich extra eben auch auf die Anthologie-Serie gefreut, weil das Konzept ja ein ähnliches ist. Ja. Dass du eben anthologisch verschiedene Punkte einfach oder verschiedene Charaktere dir rausgreifen kannst und über diese was erzählen kannst. Am Ende stellte sich heraus, werden wir jetzt hier noch drüber reden, dass es nicht ganz so eklektisch war wie gehofft, sondern sich doch konzentriert hat auf zwei Hauptcharaktere. Aber auch das hat im Grunde Spaß gemacht. Genau, du hast es schon angesprochen. Also wir haben ja sechs Episoden, die alle so, sag ich jetzt mal, im Schnitt eine Viertelstunde gehen. Und es wurde ja, wie gesagt, angekündigt als verschiedene Geschichten über diverse Charaktere. Und da wurde ja auch schon groß angeteasert dann auf dem Panel. Also da wurde, also bei der Celebration, da wurde, glaube ich, die komplette erste Episode gezeigt. Was ja auch nicht so lang war. Und es wurde halt groß was angekündigt zu einer anderen Figur, wo wir auch noch zu kommen. Und ja, das sind tatsächlich die einzigen. Also namentlich Ahsoka Tano und Count Dooku, zu denen wir hier was bekommen. Es teilt sich auch wirklich, also ja, man könnte sagen, Ahsoka wird so zwischendurch auf Urlaub geschickt, um dann Platz zu machen für Count Dooku. Aber es sind zusammen, also es ist gleichmäßig verteilt. Jeder kriegt so seinen drei Episödigen Arc. Ja, aber es ist tatsächlich so, wie du sagst. Eins, fünf und sechs ist Ahsoka und zwei, drei und vier, also direkt die Mitte ist halt Doku. Das ist wirklich so, dass diese Story von Ahsoka so den Rahmen um das Ganze legt. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch, steigen wir auch mal ein mit Ahsoka. Das ist ja relativ schnell umrissen. Also es gibt halt einen weiten, weiten Sprung zurück. Ich glaube, in irgendeiner Clone Wars Folge wurde tatsächlich mal ihre Kindheit angedeutet und auch, woher sie stammt. Und das kriegen wir jetzt hier zu sehen. Also wirklich so ein, irgendwo ein Stamm im weitesten Sinne, würde ich sagen. Der Planet ist mir jetzt nicht geläufig. So tief stecke ich dann auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Sie sagen doch, sagen Sie nicht immer, Sie sprechen Tantokuri. Heißt nicht dann der Planet vielleicht auch so? Äh, das könnte gut sein. Also wer es weiß, darf es gerne mal in die Kommentare schreiben. Also so tief stecke ich dann auch nicht drin. Vielleicht ist das auch noch so der House of the Dragon Carter, wer weiß. Ähm, ja, jedenfalls, äh, ja, so viel vom dörfischen Leben sehen wir eigentlich gar nicht. Also größtenteils, äh, sie mit ihrer Mutter zusammen. Äh, ihre Mutter, die auch so ein, ja, eigentlich so ein bisschen so ein Prototyp für das ist, was später Ahsoka selber sein wird. Und, äh, ich muss schon mal sagen, also das war die Folge, die für mich jetzt tatsächlich so am wenigsten, also ich, ich sag nicht, dass, dass die nicht für mich funktioniert hat, aber für mich war es dann eher so die uninteressanteste. Aber an der, und, äh, das mache ich auch daran fest, dass sie sie, äh, auf der Celebration gezeigt haben, an der, äh, demonstrieren sie durchaus, äh, was die, äh, technische Warte hier nochmal für einen Sprung gemacht hat. Weil das sieht wirklich unglaublich gut aus. Äh, Produktionsniveau für die Serie generell extrem hoch. Ja. Äh, Zeichnung, CGI, also CGI in Anführungszeichen, also was halt jetzt da, äh, für, also das Pendant im Anime-Style ist, äh, in Anime-Animations-Style ist. Ähm, ähm, Musik auch hat, ist mir, ist mir sehr positiv aufgefallen. Ja. Durch die Serie hindurch. Ähm, das Problem ist natürlich der Animationsstil, ja, ich tue mich mit diesem Animationsstil generell schwer. Ähm, äh, da werdet ihr auch drüber geredet haben. Das ist ja im Grunde der gleiche Animationsstil, den wir auch in Clone Wars haben. Und der basiert ja eigentlich eben auf diesen britischen Puppenserien, also soweit ich weiß zumindest. Ähm, also ich weiß nicht, ob du da, ob du das weißt oder ob du da schon mal drüber geredet habt. Es gibt diese, ähm, wie heißt die, ich glaub Thunderboys oder so ähnlich, es gibt auch diese eine ganz bekannte britische Puppenserie tatsächlich, wo die auch irgendwie ins Weltall dann starten und so weiter. Und, äh, und, äh, und diese Optik, äh, die sollte wohl Clone Wars haben. Und deswegen haben die zum Beispiel auch immer so diese, also deswegen sind die Haare auch immer so platt und so, so helmartig. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, diese Art von Animation muss man halt mögen, beziehungsweise muss man sich dran gewöhnt haben. Ich tue mich mit der schwer, aber hier zum Beispiel funktioniert das. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Und, äh, ja, also, wie gesagt, Produktionswerke ganz toll, aber, äh, lustigerweise, äh, auch wieder so eine Diskussion, erste Folge, äh, haben ganz viele gesagt, wie du auch, dass sie gar nicht so richtig, äh, irgendwie da reinpasst in diese Abfolge. Und, dass sie auch nicht wirklich was aussagt und dass sie eigentlich die langweiligste Folge von allen waren. Und ich... Das würde ich nicht sagen. Naja, oder die uninteressanteste vielleicht. Ja. Oder wie hast du das jetzt formuliert gehabt? Ich hab's, ich hab's, ich hab's so ein bisschen, äh, vielleicht war das auch erst, äh, äh, gut möglich, dass ich da auch ein bisschen abgelenkt war von der Technik. Äh, wobei interessanterweise dann dieses wilde Vieh, auf das sie dann, dann treffen, also wir müssen jetzt auch nicht hier komplett den Plot nacherzählen, das sah merkwürdig aus vom CGI her. Also, die, die Umgebung war toll, aber das, so diese, diese, diese Bestie, dieses, ja, sah aus wie ein mutierterer Tiger oder so. Ich wollte grad sagen, sah aus wie ein Säbelzahntiger, genau. Ja, ja, das, das hatte so einen gewissen Vibe davon. Und, äh, was sich der Folge hat anrechnet, dass da, da wird sehr wenig gesprochen. Mhm. Sehr viel über, über Bilder erzählt und die sehen halt wirklich toll aus und, ach nee, ich, ich würde nicht sagen, dass, das nichts aussagt oder so. Ähm, die anderen Folgen fand ich halt inhaltlich noch ein bisschen interessanter, aber, äh, was hier so bildsprachlich herübergebracht wird und eigentlich auch so das Nötigste ist, es wird halt nicht alles so zerquatscht. Und, das ist auch mal schön. Thematik, ein Rahmen einfach gesetzt. Ja. Ähm, worum geht es insgesamt in dieser Anthologie-Serie? Und, da geht es ja eben darum, in dieser ersten Folge, sag ich jetzt mal grob eben, um Leben und um Tod, um den Rhythmus des Werden und des Vergehens, um einen, also, dass es natürlich ist und auch eben, wenn was gesagt wird, du, es ist schon richtig, es wird wenig gesagt, einfach deswegen, weil Ahsoka halt in diesem, in dieser Folge ein Baby ist, die kann doch nicht sprechen. Ja. Und, wo man sich auch fragt, hallo, aber offensichtlich gehört es, diese Zivilisation dazu, ja, und wo sie also jagen geht und dann hat sie eben ein Tier erlegt und offensichtlich ist dieser Stamm es gewohnt, wenn sie Tiere erlegen, sie halt komplett, also alles von diesem Tier zu nutzen und nichts irgendwie nur aus Freude am, der Gewalt oder am Sport oder des Tötens an sich zu machen. Mhm. Und, dann sagt ja auch sie zu Ahsoka, nein, guck nicht weg, schau hin. Du musst es lernen. Du musst, äh, du musst, äh, du musst es lernen, dem Tod ins Gesicht zu schauen und wenn das nicht ein extrem krasses Foreshadowing auf die ganze Lebensgeschichte von Ahsoka wird oder sein oder soll, dann weiß ich auch nicht, was es sein soll, ja, und solche Dinge fand ich, wenn sie kamen, dann waren die spot on. Das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen in dieser Episode. Ja, äh, ich muss auch sagen, also, ich, ich würde schon mit dem mitgehen, dass, äh, was so ihre Arc angeht, die erste Folge und die dritte Folge mir gefallen und die zweite dann leider so ein bisschen abfällt. Das, das fühlte sich wirklich an wie so ein, ja, fast wie so eine Deleted Scene aus Clone Wars. Ähm, und es hatte tatsächlich auch, also, das wirst du dann wahrscheinlich, glaub ich, so vom Kontext gar nicht so verstanden haben, weil das wird ja eigentlich nur so als, als Flashback erzählt. Also, also, so eine, so eine Trainingssession von ihr halt, äh, wo dann auch, äh, also, da wird auch so von der Optik halt auch klar, wann das spielt, wahrscheinlich nach Episode 2 und vor Episode 3, weil, äh, Obi-Wan Kenobi hier noch, äh, eine sehr ähnliche Frisur hat wie in Episode 2. Ja, und, äh, du kannst es, glaub ich, auch an der Rüstung der Stormtrooper erkennen, oder? Ja, definitiv. Mit diesem Rot-Weiß, ja, genau. Da gibt's ja auch einen, äh, Zeitsprung dann, äh, wo sie dann eben diese, diese, äh, Übung machen mit Betäubungsschüssen und man, äh, sieht dann, also, es, es gibt halt dann im, im, äh, Finale von Clone Wars, äh, wo, äh, dann diese Szene nach dem Flashback, äh, drauf zuläuft, gibt es halt, äh, einen prägnanten Moment, wo man ganz genau weiß, ah, das hat ihr das Leben gerettet. Wobei, ich muss sagen, generell, auch weil diese Animationsserien immer gerne als Kinderquatsch abgetan werden, das hier ist irgendwo auch die Gegenthese dazu, weil diese, diese ganze Anthologie, die hat eine relativ ernste und auch nachdenkliche Tonalität gehabt, was mich, also, es hat mich jetzt nicht überrascht, weil Clone Wars, äh, hat in der Hinsicht sehr viel mehr zu bieten, als manche Leute vermuten könnten, aber, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das als, so eine, die ja Clone Wars nie so richtig geguckt hat? Naja, Clone Wars, hab ich das Gefühl, ich hab ja dann schon auch Folgen aus den späteren Staffeln mir angeschaut und hab natürlich auszugartig, äh, die Entwicklung auch gesehen, bei Clone Wars hatte ich das Gefühl, es ist sehr stark gewachsen, mit dem Alter der Zuschauer. Also, es fängt tatsächlich so an, dass man sagen kann, gut, Clone Wars ist eher für, ich sag jetzt mal, etwas ältere Kinder gedacht, also 13, 14, 12, 13, so vielleicht 11, 12, 13 und dann wächst es aber mit und am Ende waren halt die Erwachsenen, die es am Ende geschaut haben und, äh, und, äh, oder die erwachsen gewordenen Kinder dann, die eben mit Staffel 1 angefangen haben. Und hier ist es ja so, du hast ja hier schon alleine durch die Wahl der zwei Figuren, auf die, die meisten, also auf dem das Ganze basiert, ja alleine schon dieses ganz Seriöse, also ich mein Doku vor allen Dingen, im Grunde wird uns ja gezeigt, wie er abrutscht in die dunkle Seite. Ja. Also, das ist ja das, was wir, das ist, du kriegst hier im Grunde die ganzen nicht gesehenen Hintergrundszenen oder die nicht, äh, die wir immer sehen wollten, weil wir wussten, er rutscht ins Dunkle ab, aber wir wussten nie warum, also beziehungsweise wir wussten nie so richtig wie, also wir wollten es immer sehen, dass da muss auch irgendwo ein Knackpunkt gewesen sein oder so. Ja. Und das haben wir jetzt im Grunde zu sehen bekommen und deswegen fühlte sich, fand ich, die ganze Story um Doku zum Beispiel auch an, als hätten wir, wie du gesagt hast, eine Ergänzung zu den Prequels gekriegt. Mhm. Beziehungsweise, äh, später ja dann auch, also in Clone Wars hat er ja entsprechend, glaub ich, auch eine Rolle gespielt, nicht wahr? Oh, eine sehr große, ist auch ein grandioser Bösewicht in Clone Wars. Ja. Genau, und, also das heißt, du hast da sozusagen Zusatzszenen bekommen und da, deswegen fühlte sich das tatsächlich so ein bisschen so an, als wäre das nur eine Verlängerung davon gewesen. Und während ich bei Ahsoka so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, natürlich sind das auch Ergänzungsszenen, aber bei ihr war das irgendwie autarker als bei ihm jetzt, fand ich. Ja, grundsätzlich fühlt sich das Ganze schon irgendwie an, sag ich jetzt mal, wie ein Add-on, äh, zu Clone Wars. Das liegt eben auch an, äh, Dave Filoni, der da auch so die treibende Kraft hier hinter ist, auch wenn er, glaub ich, nicht, ja doch eine Folge, die, äh, erste Ahsoka-Folge hat er, glaub ich, geschrieben. Und Ahsoka ist ja auch so sein Baby. Ja, und es ist natürlich auch superpopuläre Figur im Star-Wars-Universum. Ich mag die auch total gerne. Ich auch, ich auch. Ich bin, äh, relativ kritisch umgegangen mit der zweiten Staffel The Mandalorian, aber die Folge, die Dave Filoni geschrieben und, ich meine auch inszeniert hat, ich bin mir nicht ganz sicher, äh. Ja, ich glaube, ja. Also, wo Rosario Dawson auftritt, äh, die fand ich großartig. Auch wenn die sich, ja gut, im Nachhinein guckte sie sich so ein bisschen wie so eine Dauerwerbesinnung für das kommende Spin-Off. Ja, ja. Äh, das tat dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also, auch wie sie ihren Ark dann hier abschließen mit dieser Begegnung mit einem, äh, Inquisitor, äh, auch wieder ziemlich düsteres Zeugs tatsächlich und auch wirklich sehr, also wirklich schon cinematisch in Szene gesetzt. Ja, wunderbar. Ja, das war eine auch dieser, diese, also das hat natürlich klar auch sehr, sehr stark an die Auseinandersetzung von Darth Vader und, äh, und Obi-Wan Kenobi erinnert, die ja auch eben vor dieser, vor diesem Lava-Feld, vor diesem Feuerfeld stattfindet und das hast du hier ja auch, dass eben die beiden sich gegenüberstehen und im Hintergrund steht alles in Flammen und so und da dachte ich mir auch, als ich das gesehen habe, Mensch Leute, rein optisch ist das schon so großartig. Ja. Das ist also wirklich ganz, ganz toll. Diese ganze letzte Episode sowieso, natürlich, klar, sie heißt ja Ausklang beziehungsweise im Original Resolve, also es löst sich ja offensichtlich irgendwie der Knoten dann auch und es wird was irgendwie, ähm, geht dann in, also aufgelöst und geht dann in die richtige Richtung und das, äh, das, das hat mich irgendwie als Zuschauer zufrieden zurückgelassen, dass die inhaltliche Auflösung dieser angespannten Situation auch optisch mithalten konnte. Ja, äh, es, es ist insofern auch irgendwo schon bezeichnend, äh, die Clone Wars Serie, die wurde ja damals angeleiert, äh, 2008 mit einem, äh, Kinofilm, also beziehungsweise drei Folgen oder so, die sie dann zusammen gepfropft haben und ins Kino gebracht haben, äh, das war nicht die beste Entscheidung, äh, zumal sie damit die mit Abstand schwächsten Episoden der Serie genommen haben, aber wenn man dann jetzt mal guckt, wie sich das entwickelt hat, also ich mein, dieser Clone Wars Kinofilm, der sieht echt nicht gut aus und wenn ihr dann jetzt überlegen, das kam ins Kino und das hier nur auf Disney Plus und klar, es ist immer noch derselbe Stil, aber die Animation, die hat sich mittlerweile dermaßen weiterentwickelt, dass es wirklich richtig, richtig toll aussieht, äh, visuell, äh, vor allem auch mit schönen, äh, Anleihen direkt auch an, an Filmszenen aus den Prequels, ne, also hier bei Ahsoka, da gibt's ja dann so eine kurze Szene, die dann zeigt, dass sie sogar bei der Beisetzung von, äh, Padme Amidala zugegen war. Richtig, ja, ja. Das haben sie schon sehr gut umgesetzt, wobei da ist irgendwelchen Fans auf, äh, Twitter wohl aufgefallen, äh, die haben irgendwie ihre Haare wohl nicht hingekriegt von Natalie Portman. Ja, 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 naja, also aber wie gesagt, also das, 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 genau, das sind so Dinge oder auch zum Beispiel, äh, die dritte, ich glaub's war die dritte, ja, die dritte Folge Entscheidungen, Choices, wo dann eben Doku ja eine Auseinandersetzung hat mit, äh, Yaddle, glaub ich, oder? Ist es Yaddle? Doch, doch, es ist, ist Yaddle, ist Yaddle, mhm. Ja, aber es ist Folge 4. Genau. Nicht Folge 3, sondern Folge 4, wo es auch um diese Enttäuschung ging, äh, von Doku, dass er ja seinen Padawan verloren hat. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass ja, äh, Qigong, äh, der ursprünglich der Padawan von Doku war. Mhm. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so richtig im Hinterkopf. Dann dachte ich, okay, hier erklärt sich jetzt auch einfach irgendwie so ganz, ganz viel. Ja. Und das fand ich auch eine sehr schöne, äh, Geschichte, aber auch hier wieder, du musst es Vorwissen haben, denn es wird auch nicht erklärt, denn man hat eben die Szene, wo dann irgendwie Yaddle und, äh, Doku sich gegenüberstehen und irgendwie Doku noch so sagt, ach ja, sie werden so schnell erwachsen. Und die nächste Szene ist dann, dann steht eben Doku vor diesem Baum und erzählt, dass er ja, ähm, äh, seinen Padawan immer mitgenommen hat, als der noch ganz klein war. Ja, und da vergisst man ja, man vergisst es ja so schnell, die werden ja in den Tempel gebracht, wenn die ja noch ganz klein sind. Ja. Und die, die wachsen mit, also die ziehen die ja quasi von klein auf. Das heißt, der kannte den ja jahr, jahr, jahrzehntelang, auch wenn das natürlich nicht gewollt ist, aber es sind natürlich trotzdem immer, doch glaube ich, auch so ein bisschen leicht väterliche Gefühle trotzdem da für die Schüler. Und dann wird ja eben gesagt, dann erklärt er halt so ein bisschen, dass der Baum immer so faszinierend war und so weiter. Und dann meint sie ja auch, wirfst du ihnen, also dem Rat, wirfst du ihnen denn, äh, seinen Tod vor. Und das heißt, da hast du von einem Schnitt zum anderen, also du hast die Erklärung nicht. Das heißt, du musst wissen, dass der Tod ist und wie er gestorben ist und warum das Doku vielleicht auch anpisst, die Art und Weise, wie er gestorben ist. Und da wird auch hier in dieser Serie gar nichts erklärt oder so. Das wird vorausgesetzt, dass die Leute sich das jetzt anschauen, das wissen und diese ganze Hintergrundinfo haben. Und wenn du da einfach nicht richtig zuhörst auch oder kurz mal wegguckst oder irgendwie was anderes machst oder den Tee einschränkst oder so, dann verpasst du diesen Satz. So ging mir das nämlich. Und ich dachte so, warum regt er sich gerade so auf? Ich kriege es irgendwie nicht so hin. Und ich so spule zurück und ich so, oh, ah, okay, er ist mittlerweile tot. Weißt du, das war so, ups, verpasst. Ja, also du musst schon ein bisschen Ahnung haben, bevor du die anguckst. Ja, das definitiv. Das ist bei allen Filoni-Serien tatsächlich so. Das ist jetzt nicht unbedingt so einsteigerfreundlich. Es ist aber, es ist allein schon toll, sie haben mit der Serie tatsächlich so ein, ja gut, in Obi-Wan Kenobi war es am Ende auch Spoiler. Äh, und, und in Rise of Skywalker war es zumindest zu hören. Und hier ist er jetzt auch wieder zu hören, nämlich Liam Neeson taucht hier tatsächlich auf als junger Qui-Gon-Jun. Aber ganz, ganz jung. Aber da wollte ich mal fragen, also Liam Neeson hat es selber eingesprochen, das weiß ich, aber hat nicht den Jungen, hat also in der jungen Variante seinen Sohn gesprochen? Genau richtig, ja. Genau richtig. Den hat seinen Sohn gesprochen. Aber sie haben ihn wirklich, also von der Animation her, haben sie ihn auch wirklich richtig gut hingekriegt. Ja, ich war auch sehr überrascht. In beiden Altersstufen. Doku übrigens auch, fand ich. Ja, ja, Doku, Doku ist klasse. Also da kannst du wirklich, das haben sie, ich meine, Christopher Lee weiht ja nun mal nicht mehr unter den Lebenden. Und es ist ja eh Corey Burton in der Serie, aber das haben sie hingekriegt und vor allem auch seine, ja, seine Entwicklung, die kann man wirklich nachvollziehen, auch im Hinblick auf den Jedi-Orden. Also hier versteht man auch nochmal, ja, dass der Jedi-Orden im Grunde genommen ziemlich verstockt und dogmatisch ist. Ja, ich meine, also Doku ist ja ein Stück weit auch so ein, ja, eigentlich so ein Vorspiel für Skywalker dann irgendwo auch, ne? Und es ist eigentlich schade, dass das nie so wirklich zum Tragen kam. Ja, also so diese, diese ganze Tragik hinter dem Zerfall der Republik und dem, dem Fall des Jedi-Ordens, das steckt tatsächlich dann mehr in der Clone Wars Serie drin. Wer da mehr zu hören will, kann gerne auch in unseren Podcast reinhören, den wir letztes Jahr im Mai zu May the Fourth gemacht haben. Und da spreche ich mit den Kollegen Patrick und Boris anderthalb Stunden, glaube ich, insgesamt über sowohl Clone Wars als auch Rebels. Ja. Nee, aber allein schon diese, diese Doku-Handlung, die macht hier das Ganze auf jeden Fall schon sehenswert. Also das ist zum einen wirklich richtig, richtig düster für Star Wars und zum anderen, ja, also man kann es nachvollziehen, wie er sich entwickelt. Das ist jetzt nicht nur einfach, ach, ich werde jetzt einfach böse, sondern man, man versteht es, dass er auch irgendwie, dass er auch diesen, diesen, sag ich jetzt mal, gefälligen Populismus der dunklen Seite anheimfällt. Ja, das ist nämlich auch das, wenn ich was Positives aus dieser Serie mitnehme, ist es eben, dass Doku für mich weniger schwarz-weiß ist, sondern mittlerweile eher grau und das kann nur positiv sein für einen Bösewicht. Ja. Und das ist genau das, was mir hier gezeigt wird, denn man ist ja genauso frustriert wie Doku auch in der Situation, in der er gezeigt wird, dass er so frustriert ist von dem System. Und man will genauso wie er auch sagen, okay, komm, jetzt müssen wir hier was unternehmen, da muss doch mal jemand irgendwie mal mit der Faust auf den Tisch schlagen, mal was machen. Und stattdessen kommt dann eben ein zurück, nein, wir sind neutral, wir warten ab und denkst dir so, nein, verdammt nochmal. Also man kann das halt so gut nachvollziehen. Ja, es ist menschlich. Deswegen, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, genau. Ja, es ist menschlich einfach, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei den Jedi, dass die so, ja, schon irgendwie unnahbare Übertypen sind meistens, ne? Und ja. Übrigens muss ich sehr, sehr lachen, in der, apropos Schüler, Lehrer, Übertypen und so, in der Folge, in der, Ahsoka ja trainiert mit, mit Anakin. Anakin ist ja quasi ihr Lehrer und sie ist ja seine Schülerin. Und dann sieht man ja, dass Anakin sagt, der Test, den sie machen musste, der ist Mist. Er wird ihr einen ordentlichen Test zusammenstellen. Und im Hintergrund sieht man dann nur, wie dann da halt, wie Obi-Wan und Yoda ja da stehen und die beiden beobachten. Und sich wahrscheinlich auch gerade irgendwie so denken, ah, unsere Schüler, ja, so. Also das ist auch ein Lehrmoment irgendwie. Ich glaube, die lassen die halt absichtlich so ins offene Messer rennen, weil die sich auch denken, da werden sie irgendwie positiv Erfahrungen für sich rausziehen. Und da musste ich so ein bisschen lachen, weil das ja auch sehr schön widergespiegelt hat, wie es funktioniert mit den Jedi und dem Master-Padawan-Verhältnis eben. Ja. Dieses ständige Lernen und Lehren gleichzeitig. Ja, definitiv. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich fand's auch gut, dass Anakin gegenüber Ahsoka auch fast schon, also schon als sehr strenger Lehrer gezeigt wurde. Eigentlich schon als jemand, der sie so bis an Grenzen treibt, wo man sich denkt, oh Mann, übertreibst du es da nicht vielleicht ein bisschen? Also da wurden auch irgendwo ein Stück weit Parallelen zur Doku gezogen, die ja auch so generell vorhanden sind. Also insgesamt kann man sagen, es ist wirklich sehenswert. Ja, das ist schon, ja, ich würde es wirklich im besten Sinne als Add-on zu den Clone Wars bezeichnen. Wenn man sich aber ein bisschen auskennt, dann kommt man da schon rein und es lohnt sich wirklich. Es ist natürlich jetzt die Frage, ja, dass jetzt nach 20 Jahren erst einem Charakter wie Doku wirklich erst so eine Backstory geben. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, was da in diversen Romanen vielleicht verwurzelt ist. Ich kann mich nämlich erinnern, ich hab den Roman zu Episode 2 gelesen und da steht tatsächlich relativ viel über Doku drin. Ich fand es auch sehr bezeichnend, dass er hier zusammen mit Madame Jocasta gezeigt wird, dieser Bibliothekarin im Jedi-Tempel. Weil die ist nämlich ein relativer Fan von ihm. Laut einer rausgeschnittenen Szene dann aus, hier, aus Angriff der Klonkrieger. Ja, aber nee, zusammenfassend kann man sich ansehen, guckt man schnell weg. Und ja, es ist erstaunlich erwachsene Star Wars, kann man nur noch mal sagen. Es ist wirklich kein Kinderquatsch. Und ich hoffe, dass Leute, die sich das ansehen, dann vielleicht auch mal Clone Wars eine Chance geben. Weil die Serie ist tonal manchmal ein bisschen komisch. Da hast du wirklich spätere Staffeln, wo du dir denkst, ist das jetzt kompletter Kinderquatsch und dann wiederum was, was schon die FSK 12 ausreizt. Da würde ich vielleicht sagen, ich hab mich mit Clone Wars tatsächlich sehr, sehr schwer getan. Gerade mit dem Anfang, ich hab die erste Staffel, die ersten zwei, drei Episoden mehrfach geschaut, weil ich die einfach super langatmig fand. Die kam irgendwie nicht zu Pott. Und da meinte auch jemand zu mir, bleib dran, es wird auf jeden Fall besser und es wird definitiv besser. Das heißt, Leute, haltet durch. Also die erste Staffel ist noch ein bisschen so, dass sie noch ein bisschen versucht, ihren Schwung zu finden. Und wenn sie dann aber drin ist, dann ist es wirklich ein Unterschied. Also das lohnt sich da, dann tatsächlich auch durchzuhalten. Was ich hier noch zur Anthologie-Serie sagen möchte, ich kann im Grunde alles so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ich war tatsächlich aber als erstes, als ich gesehen habe, wem sie sich denn widmen in der Serie, enttäuscht. Ja, Doku fand ich interessant. Ja, Ahsoka sowieso. Also auf die Ahsoka-Folgen hab ich mich gefreut, weil ich halt sie als Charakter so spannend finde. Aber ich hatte mir von einer Anthologie-Serie, und so ist das Ganze ja beworben worden, hatte ich mir einfach viel mehr unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Charakteren erwartet. Ich hatte wirklich gehofft, dass sie einmal den Fächer aufspannen und wirklich aus allen Richtungen, so ein bisschen wie in Visions auch, aus allen Richtungen irgendwie sich eine Figur schnappen, eine Nebenfigur, die ich hier mal spannend gefunden habe, oder eine Hauptfigur, die hier irgendwie zu früh gestorben ist, oder vielleicht auch nur einen Planeten, der irgendwie spannend gewesen ist. Also ich hatte mir sehr viel mehr so in diese Richtung erhofft. Mehr Vielfalt. Genau, und auch mehr Kreativität. Denn hier hast du ja endlich mal die Chance, das war ja auch das Schöne, ich kann nur immer wieder Vision zitieren, hier hattest du die Chance, kreativ zu sein und einfach dich vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb des klassischen Korsetts zu bewegen, das du halt hast, wenn du dich in diesem Star-Wars-Universum bewegst. Und das haben sie verschenkt, meines Erachtens nach. Das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz ist das, was wir dann bekommen haben, gerade auch mit dem Vorwissen jetzt für die Filme 1 bis 3, wirklich gut. Das hat Spaß gemacht, sich anzugucken. Das hat auch ein Mehrwissen und ein zusätzliches Wissen gebracht, das mir als Fan auch weiterbringt. Aber man hätte viel mehr draus machen können. Ja, ich glaube, dass sie sich da auch noch ein bisschen die Tür offen halten für weitere Staffeln, denke ich mal. Ja, und für Visions 2, denke ich auch. Ja, die kommt ja auf jeden Fall. Die kommt ja nächstes Jahr im Frühjahr, da bin ich auch sehr gespannt. Ja, vielleicht holen wir dich da auch noch mal ran, wer weiß. Ich würde mich freuen. Dem kann ich mich auch anschließen. Ich war schon so ein bisschen verwundert, als ich das anmachte und mir dachte, aha, das geht jetzt. Eigentlich müsste diese Serie bislang Tales of Two Jedi heißen. Genau. Kann man's vielleicht so abschließen, aber nee, toll. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Also ich muss sagen, dass ich eh das, was Dave Filoni macht, immer interessant finde. Ich bin auch tatsächlich ... Also Mandalorian weiß ich nicht, ob ich's weitergucke, aber Ahsoka werde ich auf jeden Fall eine Chance geben. Mal schauen, ob wir dann da vielleicht zu Recaps machen, wer weiß. Aber das ist noch in weiter Ferne. Britt-Marie, ich danke dir recht herzlich. Sehr schöner Cast. Und ich würde sagen, also wir hören uns eventuell ... Komm, also du bist jetzt schon vorgemerkt für Star Wars Visions. Ich wollte gerade sagen, wir hören uns sehr, sehr gerne. Wir hören uns auf jeden Fall so oder so. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und wie gesagt, Leute, gucken, gucken, gucken. Ja, alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.